Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play SimCity mit mir und dem Flory. Und ja, ich hab die Aufnahme extra so gestaltet, damit ihr diese geile Menschenmasse hier seht, die sich auf beiden Straßenseiten zieht. Bis hier vorne hin. Angeber, Angeber. Alter, wie die alle vom Bahnhof kommen und sich die Sehenswürdigkeiten ansehen wollen. Angeber, Angeber. Alter. Alter, wie die sich alles hier ansehen wollen, das ist total geil. Okay, ja, dann machen wir weiter. Und hier, Spielhalle macht 40.000 Gewinn pro Tag. Die Spielhalle, nein, nicht der Tokio Tower, der macht heute 17.000 Gewinn. Ähm, die macht 39.000, die macht 38.000 und die macht 20.000. Und das hier macht minus 520. Erstmal planen wir hier wieder eine Veranstaltung im Globe Theater. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Kommen wir wieder ein bisschen mehr Typis hin. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Bist du schon drauf? Ja. Gut. Na, wie viele Einwohner hast du gerade? Ähm, oh, ich bin in Gerstenkant. Moment, ich gehe eben aus Gerstenkant raus. Ja, du kannst das ja auch ohne die Stadt zu laden sehen. 19 verlassene Gebäude, warum? Fehlende Arbeit. Keine Läden, keine Läden. 18.000. Und 19.000. Keine Läden, keine Läden. Keine Läden, keine Läden. Alter, ich sollte mal ein paar mehr Läden machen, anstatt so viele Casinos hinzubauen. Erstmal hier ein bisschen Dings machen. So, ich bin jetzt schon fertig. Äh, was mache ich gerade für einen Schatz? Das wollte ich nämlich machen. Och, komm, ah, endlich wäre das. Ja, meine Wiesenmetropole hier in Schildkröten. Ähm, wo, was ich in mir hasse, das ist. Lutz, Seeple, hier lebt es sich nicht gerade gesund. Krieg dich doch. Wann schon von der Stadt, dass wir einfach trinken wollen. Dingschen. So, dann mache ich hier erstmal ein paar Läden hin. Einfach, weil ich es kann. So. Ja, komm, mach da Gewerbegebiet hin, du Olle. Was willst du? Wir haben ziemlich viel Ruhe, Uli, Bürgermeister. Wir wissen gar nicht, wohin damit. Wir können aber nur bauen und fürs Geschäft machen, haben wir kein Händchen. Ja, mache ich. Aber ich weiß nicht, wie. Ah, endlich macht das scheiß Giphy-Casino auch Gewinn. Gut. Nee, nix drohende Finanzprobleme. So, wenn jetzt zufrieden bist, ey, ganz im Ernst. Nervlich. Cool, Rohölzentrale. So, wo kann ich denn noch ein Casino hinbauen? Ach genau, ich will ja hier so ein geiles Casino bauen. Wolltest du das nochmal? Boah, wie ist das für ein Drohende? Nicht gesund. Alter, kann man hier mit diesem dummen Anzeige da wegkloppen? Ganz im Ernst. Boah. Gesundheit. Ja, danke. Elegentes Casino. Ein nobles Casino. Zu wenig Simulions kostet 140.000. Alter, ich bin... Ich hab drei Wellnesswahlen. Wie so lebt es sich ja immer noch so schön. Überfall im Fallingang. Nee, Überfall im Fallingang. So, Wellnesswahlen. Jo, dann muss ich aber eine Gewohnungssiedlung einreißen. Die Psyre nix. Oh Gott, ich glaube, jetzt gibt's hier auch Stau. Weil jetzt hier gerade wieder viel abgeht in der Stadt, nachts. 10.000 Gewinn macht das GIFI Casino jetzt. Sehr gut, sehr gut. Wo brechen große Brände aus? Oh, hier. Was ist hier los? Feuer, Hilfe. Ja, wo ist denn die Feuerwehr? Die Spiele halten mir voll gut. Die machen eigentlich ganz gut Kohle. Also, hier, wo brennt alles nieder? Why? Jetzt löscht mal die Brände. Was wollt ihr denn hier am Rathaus? Die Pulsdosen sind stillen Siegmund. Ja, mach ich. Oh nein, ich weiß nicht, wo meine Polizei ist. Ach, hier, ist die. Ich hab doch schon 10 Streichflagen. Was soll ich denn mitmachen? Socken, socken. Warte, wie viele Verbrecher sind denn hier? Jetzt nehmt die doch mal fest. Ich hab nicht viel. So, dann habe ich die nächste Spielhalle gebaut. So, nimm mal Kredit B. Klausenbau auf. Und auch Kredit C. so macht man mit dem Konzept weniger die Stunde weil die Pro Stunde der was abzahlt so ich mache jetzt minus 5000 die Stunde so was haben wir hier 39.000 Gewinn die macht noch Verlust weil die gerade erst gebaut sind so pushen wir steuern die muss ich hier natürlich erst mal noch an das Verkehrsnetz anschließen was willst du mir anzeigen Züge ist doch alles gut alles gut ne der Warnhof och du scheiße Meteoriteneinschlag da hinten alter nicht so viele ja sicher alter ja ja komm mach nochmal mit ja ja schön du hast nur da irgendwie die Straße ja war jetzt der hat nur die Straße getroffen der Haupt Meteor boah scheiße war das falsch heraus mein Gott ich brauche noch 40.000 Gewinn an Glücksspiel dann kann ich endlich die Spielzentrale wieder ab ach was ich doch machen kann ist doch jetzt noch so ein geiles Casino bauen weil jetzt gehen wir alle ab so so nicht nur ist und und ihr was fehlt euch wir machen auch nicht gewinnen so dass es so n es will ihnen eigentlich gibt es eigentlich die Belohnung wenn man diese Aufgaben von den Typen das schafft ja manchmal je nachdem wie schwer die sind manche da steht dann aber direkt am Anfang da aus dem Leben auf dem Hof und 6 personen schützen So, jetzt habe ich... Alter, jetzt mache ich gerade minus 7.000 die Stunde, aber scheiß drauf. Ich mache minus 1.000, irgendwas. Oh, ich sehe, lassen Sie am Tag 2000 mit einer Kreuz verteilen, eben. So, die machen täglich Gewinnanruf, ich... 64.000, und wieso arbeitet ihr nicht? Lager voll, ja, genau. Wieso, wieso gebt ihr da nichts ab? Ihr habt da jetzt 2.000 Barrel-Rohen. Neu, jetzt bin ich gerade mal eben vor minus... Ich wollte mich verarschen, es war früher für 9.000. Ach so, ich weiß wieso, weil die ganzen Parks zugemacht haben, bin ich jetzt gerade wieder bei minus 974. Die machen ja abends zu. So, nice, Junge, jetzt hat das noble... Junge, jetzt bin ich bei 7.000 plus pro Stunde. Weswegen? Keine Ahnung. Was macht denn alles abends zu? Woaa! Woaa! Spaß mit. Woaa! Woaa! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020